Heute haben wir ein Partner-Workshop gehabt. Das heißt, wir haben schon mal vorbereitet und geplant, was können wir tatsächlich an praktischen Beispielen zeigen für den Messebesucher. Das haben wir gemeinsam erarbeitet. Was ist ein Use Case, der sowohl realitätsnah ist, aber doch schon ein bisschen die Zukunft voraussagt. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir auch die Kunden abholen und ihnen jetzt schon zeigen, was alles möglich ist. Ich freue mich riesig auf den Prozess. Es ist spannend, was jetzt passieren wird. Es ist auch ein Weg zum Gehen. Wir haben jetzt heute die Inhalte konkretisiert und auch mögliche Storys für den iRoom mit den Partnern entwickelt. Vielen Dank.